Als Feinschmecker begeistern dich exquisite Mahlzeiten. Deshalb teile ich Gourmet-Rezepte mit meinen Fans. Wie die Gourmet-Perle, erlesene Streifen, zarte Stückchen in einer unwiderstehlichen Soße, mh, einfach raffiniert. Ein Feinschmecker zu sein ist anstrengend, aber jemand muss es ja machen. Gourmet für Feinschmecker von Purina. Gewinnen Sie mit Gourmet einen außergewöhnlichen Moment in einem Sternerestaurant.